Jeder Tag in der Mitte von Kapatogien, dort zwischen Gerüme und Uchisa, ist so wunderschön, dass es dir schwer fällt, tief einzuatmen. Der Zauber der Landschaft dort nimmt dich gefangen, nimmt dir den Atem und da stehst du, unfähig weiterzulaufen, staunend, mit offenem Mund vor den riesigen Tuffsteingebilden und du weißt, dass Kapatogien ein heiliger Ort sein muss. Kapatogien 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 Kapatogien